was ich habe meine konzentration verloren arm so sorry ich hab ein bisschen meinen fokus verloren ich muss mich mehr konzentrieren so kommt weniger reden mehr töten ups auch habt ihr zu sich geschossen sorry bitte bei kill so scheiß kabel vom headset eigentlich wieso ich habe gerade ich habe jetzt erst gemerkt dass die tastatur übrigens da liegt wo ich sie nicht haben will und zwar unterm tisch ja gut ja ja ich bin halten ich bin halt ein konzentrationsbalken das merkt man schon nach was erzähle ich eigentlich für ein scheiß gerade mal wieder ein stuss verteidigt verdammt viele kill tode gerade ja tode umsonst wer hat noch nicht was will noch mal ich bin immer furcht da ja sehr schön session zwischen Da ist eine Munition. Wow, fuck, das war ja ein erster Team. Ich habe übrigens mal gemerkt, dass man auch so total Team-Maps, also so Operation Metro oder so ganz viel Munition legt und so, dass man da mega Punkte scheffeln kann, weil die einfach so viel Munition brauchen teilweise. Ich habe mal irgendwie nur Erster im Team geworden, weil ich mega so viel Munitionskisten verteilt habe und die haben halt so viel gebracht bei anderen, dass ich dann übel viel Punkte bekommen habe. Das war schön. Und der hat mich gerade gemessert. Das war nicht schön. Ganz mal wieder, ich kriege mega vier Punkte dafür, dass ich einfach Munitionskisten auf die Karte lege. Das ist echt praktisch als Versorgungssoldat. Hallo, Frischfleisch. Ich brauche Kills. Hallo. Lass ich mal wieder jemand von mir killen? Danke. Hilfe, war Kills 22. Toll. Der Kerl war schlecht. Ach, ich mag das. Avenger Rücken. Ja, ja. Die No-Shark-Kanäle ist echt so eine typische TDM-Map. Die kann man so viel zocken und das stört einfach keinen. Ach, scheiße. Okay, wenigstens 50 Damage habe ich noch bei dem gemacht. Und ich kriege auch verdammt viele XP gerade dafür, dass ich als Versorgungssoldat spiele. Kriege ich aber meistens. So. Alter. Nicht mal ein Punkt, also ein Prozent Damage. Alter, Kabel! Meine Fresse, ey. Das scheiß Kabel. Wo? Jetzt habe ich ein bisschen mit meinem Bein fixiert. Hört sich irgendwie dumm an. Aber jetzt geht es zumindest. Alter, wo sind die noch ein paar Kills, die ich absahen kann? Komm schon. Ja, sag ich doch. Hier, guck mal wieder. Nachschub. 140 Punkte einfach nur dafür, dass ich die Munitionskisten hinlege. Ich mag das. Wow, das war nice. Da sind, da sind drei. Wie viel Scheißkerl sind da denn? Auf einem Fleck, bitte! Das ist doch voll die XP-Mine. Siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Alter, wieso treffe ich den Scheißkerl nicht? Ja, gut, das war jetzt dumm. Aber den kehrt ich doch sowas und treffen müssen. schon wieder das Kabel. Ach, scheiße, wegen dem perfekten Kabel habe ich wieder diesen Kill hier verpasst. Hätte ich so gut machen können. Und diese Scheißärsche, die sich da immer in diesen komischen Hausdauer verfrachten da hinten. Ich traf hier auch nie mit meinen Granaten. Schade eigentlich. Ich muss echt mal besser zielen mit den Granaten. No, ich bin schlecht. Bei Granaten bin ich schlecht gerade. Sehr schlecht. Ja, nice. So, wie viele Punkte habe ich? Sehen wir gleich. Der Team hat gewonnen. Ja, das habe ich gesehen. 41,30. Ich habe in der Mitte ein bisschen abgenommen. Mit Fokus und so, aber... Oh, krass. Krass, krass, krass. Skin-Expeditionsdruck freigeschaltet. Corporal 3, Start-Optake. Sehr schön. Wer habe ich gesehen? Ordensbänder 16 Stück. Krass. Der Kerl hier, ne? Der Scheißkerl. 99 zu 6. 99 zu 6. Oh, okay. Da würde ich sagen, was ist das mal für die... Obwohl. Weißt du was? Nein. Ne, ich nehme weiter auf. Ich habe gerade so Bock an diesem Game hier. Das ist unfassbar. Und ich habe noch ein White Bull übrig. Zum Schneiden und so. Ich nehme jetzt mal die Apica. Probieren wir es mal kurz aus. Und wenn es nicht läuft, nehmen wir wieder die PP. So machen wir es. Das ist ein Plan. Der Plan. Ja, doch. Doch, doch. Bis jetzt. Ja, ja, ja. Retter. Schön. Noch mal ein paar PP eingesandt zum Retten von einem. Ja. Schön getötet worden. Ja. Von Rico Bigt. Ja. Oh, fuck. Ihr brennt's. Why? Why even? Was ist das Ding für ein Accurary? What the fuck? Mega, die schlechte Genauigkeit. Unfassbar. Äh, ich nehme mal kurz die PP2000 auf. Ob es besser ist? Ob es vielleicht nicht doch besser ist? Aber ich meine, die Applikate hat natürlich einen besseren Schaden. Ist ja irgendwo klar. Die ist ja auch viel größer. So, okay. War eigentlich gerade einer? Ich hab gedacht, ich hätte mir einen Camper eingebildet. Na, Gruppe. Jetzt fängt es schon damit an. PP2000 Service da. Bekomme ich den auch mal endlich? so. Scheiße, wir haben gerade die Führung verloren. Focus, keep to Oh, es war so klar. Oh, es war so klar. Es war so klar. Ich fasse es nicht. Scheiße. Ich hab ein bisschen das Gefühl, eigentlich war es vollkommen egal, welche Wache man nimmt. eigentlich sind, eigentlich ist es echt selten, dass wirklich Admins oder Mods drauf sind. Also Mods machen die natürlich Moderator, die dann überwachen können. Die bei Twitch und sowas. Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Na, ja. Ich hoffe, ich krieg diese P2000, diese F2000 auch irgendwann mal. Die sieht so cool aus. Ich weiß mal, ein paar Aufsätze für die Freispiel. Das wird's dann. Das wäre dann so gut. So gut. So gut. Ah, Wichser. Wollt der mich messern? Ich fasse es nicht. Der wollte mich eiskalt messern. Ich weiß übrigens gerade nicht, was ich für ein äh äh Dog Tech oder wie das nochmal hieß drauf hab. Doch, es heißt Dog Tech. Ich glaub, das war irgendwie Death Bringer. Drei Death Bringer. Und ähm ja, irgendwie sowas. Der links hat der Jesne mit einem RPK, glaub ich, drauf eingraviert. Kann sein. Ich bin mir grad nicht sicher. Vielleicht kann ich's auch irgendwo nachgucken. Squad. Anpassen. Aussehen. Jo. Expeditionsdruck. Cool. Cool, cool, cool. Mag ich. Ich mein, das bringt natürlich nichts, wenn vom Skill her und so, aber sieht bestimmt cool aus. Das war schlecht. Komm schon. Ich brauch Kills. Ganz viele Kills. Kills here. Okay. Ammo here. Was? 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 Was war das denn gerade? Ich will's gar nicht wissen. Alter. Alter, alter, alter. ich weiß übrigens nicht, was das, äh, was das jetzt der Item ist, was ich bekomme, wenn ich hier den nächsten Versorgungssoldat ran bekomme. Hoffentlich irgendwas cooles. Aber ich fass es nicht. Scheiß, Autoschrote. Die ist richtig beschissen. Irgendwann haben sie noch so ein Spass. Das wär's dann. Das wär's dann für mich. Ja, ja. Erledigt. I'm done here. Ich bin nicht fertig. Bye, bye. Wahrscheinlich gibt's die wirklich. Aber der ist ja DAU 12. Ja. Keine Ahnung. Hab ich denn nie wirklich damit gespielt? Ist das überhaupt ne Autoschrot? Oder ist das einfach nur ne Schrot? Ich weiß es nicht. 71, 83, wir verlieren. Scheiße. Ups, Allah. I'm sorry. Was? Was? War das jetzt echt ein... Ne, ich hab grad für den Moment gedacht, das wäre ein Schrotcamper. Das ist ja noch das dümmste von allen. Das wäre so was von behindert. Das ist ja noch was.